So, Weihnachten ist es gewesen. Was hast du bekommen zu Weihnachten? Ich habe nichts bekommen. Hast du auch noch nicht verdient? Nein, eigentlich nicht, aber wir haben uns gedacht, auch wenn er sich nicht verdient hat, irgendwie so eine Kleinigkeit muss ja recht sein. Ein kleines Präsent. Jetzt ist es soweit. Das Weihnachtsschränk von Papa. Hilfe! Hilfe. 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 Herzlichen Glückwunsch. Ein Honda! Ein Honda! Rein Honda! Mein Honda! Mein Honda, ich liebe dich! Das ist so Wahnsinn! Wahnsinn! Oh, es ist so Wahnsinn! Man ist... Man ist... Man ist... Man ist... Nein, es ist so Wahnsinn! Testing, 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 testing! I'm coming home! Also, besser geht's nicht! Es geht nicht besser! Mit Anhängerkupplung! Mit Anhängerkupplung! Schau, was macht nichts! Wegen irgendein Auto will ich es nie wieder repassieren! Aber der geht gut! Ich habe gemerkt, dass jemand im Busch ist! Bitte eine Runde oder irgendetwas! Das ist mein Schluss! Maaah! Der Runde! Schau, der Runde noch dran! Schau! Haben Sie ihn ausgebaut? Das ist zufällig das Gleiche! Zufällig das Gleiche! Mein Traum! Herr Stolter, den du denn gefahren hast, schau mir an! Ich danke dir! Deinen guten Mann werden wir bei der Schweineralli besuchen! Ja genau! Das ist der Schweineralli! Ich danke dir! Ich danke dir! Ich danke dir! Ich danke dir!